Moin Volkspark, moin liebe Menschen an den digitalen Empfangsgeräten, wir sind wieder da, die zwei lustigen drei, hallo Elvis, moin Michel, es ist wieder soweit, Lederlapskaus Leistenbruch, vierte Runde schon, das ist die vierte Runde, wer hätte das gedacht? Also ich nicht, ich nicht, du? Ja definitiv nicht, ich dachte nach dem zweiten Mal spätestens, einmal ist Betriebsunfall und beim zweiten Mal wird man gestrichen, aber wir sind noch da und wir haben auch ein paar treue Hörer mittlerweile, die sich tatsächlich vielleicht sogar bis hin insgeheim darauf freuen, dass wir wieder quatschen, also von daher, es ist unfassbar, Leute haben alle Milchen, komischen Fetische und Lederlapskaus Leistenbruch ist jetzt einer davon. Ja, also bei mir, ich höre mir, ich höre mir ja auch super gerne selber zu, ich lasse das auch immer, auf Autofahrten, bei der Arbeit, beim Joggen, höre ich diesen Podcast auch immer. So ehrlich muss man sein, es sind meistens unsere eigenen Aufrufe, das ist leider so. Genau, genau, also 50% gehen sicherlich auf unsere Kappe, aber ich meine, was soll's, ist in Ordnung, jeder Klick ein Treffer, so, kann man ja so sehen. Was haben wir heute denn vor, Michael, erzähl doch mal. Ach, das weiß ich alles nicht, wir müssen ja mal dazu sagen, wir sind ja quasi, wir sind ja quasi live, wir sind ja quasi live, also wir nehmen ja vorher auf, also wir sind nur quasi live, liebe Menschen da draußen, es gibt immer wieder die ein oder andere Frage in den Kommentaren, ist das live? Nein, es ist nicht live, aber wir haben jetzt Montagabend, ne, es ist mittlerweile 21 Uhr irgendwas. Es ist eigentlich live, also wir sind ja live, es ist ja nicht geschnitten oder so, es ist toll, im Endeffekt ist ein Reelive, ein Reelive live. Ein Reelive. Ja. Wie der Song von Opus damals. Vielleicht sollten wir das mal schneiden, vielleicht wäre das, ne. Reelive is live, okay, ja. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich übernehme jetzt einfach mal das, was wir heute machen, weil wir machen ja ganz viele Dinge und wir müssen ja wieder aufpassen, dass wir mit der Zeit klarkommen, weil wir haben seit der ersten Folge eine Sache, die uns nachhängt und mittlerweile kriege ich Droh-E-Mails, dass wir es endlich sagen sollen und heute müssen wir es tatsächlich endlich sagen, weil ich habe auch keine Lust mehr, dieses Versteckspiel, es reicht mir und dann sollen sie kommen. Ich fühle mich aber auch ein bisschen unter Druck gesetzt, ich fühle mich aber auch ein bisschen unter Druck gesetzt, das ist, weiß ich nicht, aber ist auch egal. Ja, wir sprechen da am Ende der Sendung mal drüber und heute machen wir es aber. Oder später. Definitiv machen wir es heute fest. Ansonsten möchte ich gerne anfangen, gleich ein paar Kommentare von den wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern unserer großartigen Podcast-Spaßerei hier einmal vorzutragen. Es gibt nämlich tatsächlich Leute, die schreiben sogar Kommentare, das ist mega, also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt jetzt einen Kommentar direkt. Wirklich fantastisch. Unfassbar. Und dann haben wir, wie immer im Programm, unsere zwei Formate, die sich durchgesetzt haben, nämlich X-Faktor. Das heißt, wir werden Fußballgeschichten erzählen. Wirklich unglaubliche Geschichten. Unglaubliche Geschichten. Und auflösen, was ich letztes Mal alles falsch gemacht habe, da habe ich nämlich einiges falsch gemacht. Und Insta-Star. Oh ja, oh ja, das war Insta-Star. Oh ja, und da kann man wieder auflösen, was ich alles falsch mache. Da hast du aber letztes Mal ja richtig abgeräumt, falls du dich erinnerst. Also Insta-Star warst du letztes Mal richtig mega. Ja, und hast da, ich glaube, ich bin... Ja, ja, halte ich mal fest, halte ich mal fest. Da knüpfe ich, ja, locker, ne? Sechs Punkte und da knüpfe ich jetzt auch mal wieder an. Da wird ein Atem angekündigt. An diesem großartigen Erfolg. Gar kein Ding für mich. Und eine wunderbare Kategorie, die ich immer noch die beste Kategorie von allen finde, ist die drei drei Punkte. Und heute hast du was beigesteuert. Darüber sprechen wir gleich ganz in Ruhe, weil das ist auch ein aktuelles Thema, was Fußball Deutschland in Atem hält, möchte ich fast sagen. Fast wie damals Helene Fischer. Vielen Dank, dass ich auch mal mein... Erstmal vielen Dank, dass ich auch mal was machen durfte hier. Aber ich hätte das Thema, glaube ich, von mir aus, ich hätte es nicht auf den Tisch gepackt, weil ich habe jetzt so viel schon darüber geredet und gerappt. Und deswegen hätte ich gesagt, komm, lass mal gut sein. Jetzt mal was du nennt, genau. Nee, 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 da können wir ruhig noch mal ein bisschen was auspacken. Ja, ich finde das auch gut. Zu Beginn, ja, und vielleicht überlege ich mir auch noch was Spontanes für dich, aber das schieben wir erstmal, schieben wir das andere Thema erstmal nach hinten. Ich habe ja auch noch eine neue Kategorie. Erzähl mal, was hast du denn da so mitgebracht? Ich habe noch eine neue Kategorie. Du hast auch noch was. Ja, ja, das habe ich gleich noch vor, aber das verrate ich noch gar nicht. Das Top Secret. Ich habe mitgebracht tatsächlich einen Kommentar und ich möchte ganz lieb grüßen den Laurenz Kreuzer. Der hat, glaube ich, jede Sendung mittlerweile gehört und schreibt auch immer ganz fleißig und ist einer von denen, die so richtig, die hören auch zu. Das ist das Geile, weil, ich meine, in unserem Podcast kannst du auch nicht nebenbei hören. Ist, glaube ich, schwierig. Wirst du, glaube ich, bescheuert bei. Und der hört wirklich zu und der hat mir nämlich gesagt, bei X-Faktor letztes Mal, dass die Geschichte vom Racing Club Buenos Aires, die kann nicht stimmen, sagt er. Und er begründet das. Ach, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, ja, ja. Er begründet das sehr gut, weil er sagt nämlich ganz klar, diesen Verein gibt es gar nicht. Der Club heißt einfach nur Racing Club und ist in Buenos Aires. Der heißt halt nicht Racing Club Buenos Aires. Das stimmt. Er schreibt hier HSV, heißt ja auch nicht HSV Hamburg. Oder Schalke 04 heißt nicht Schalke, Gelsenkirchen. So, das ist völlig richtig. Trotzdem, Lorenz, muss ich dir sagen, dass Michel, der ja geraten hat und getippt hat, dass diese Geschichte tatsächlich wahr ist, damit recht hatte. Denn tatsächlich ist diese Geschichte so passiert. Der Racing Club, der in Buenos Aires spielt, hat tatsächlich dieses Schicksal mit den toten Katzen, die sie ausgegraben haben auf ihrem Trainingsgelände und in ihrem Stadionbereich und dann tatsächlich ein Jahr danach irgendwie die Meisterschaft geholt. Völlig aus dem Nichts auferstanden wie der Phoenix aus der Asche. Ich weiß auch nicht, wie es dir mittlerweile geht. Vielleicht, Lorenz, hast du da direkte Kontakte zu. Dann kannst du gerne mal was herstellen. Danke für diesen geilen Kommentar, weil das hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass wir ein bisschen genauer arbeiten müssen hier, auch bei Lela Lapskaus Leistenbruch. Äh, 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 äh. Genau. Ja, ich. Ich meine mit mir immer. Du soll ich jetzt mal ein bisschen genauer arbeiten. Mit wir meine ich immer mich. Ja. Dann habe ich aber auch noch andere Kommentare tatsächlich mir rausgeholt. Und zwar einfach Leute, die ich gerne grüßen möchte, weil sie geile Kommentare gemacht haben. Nämlich zum Beispiel den Namen HW4Forever. Er hat geschrieben, sehr guter Podcast, wenn man das so nennen kann. Ich musste ständig lachen. Da hat er noch ganz viel anderes geschrieben. Aber das finde ich, das reicht schon. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Ähm, äh, erst mal, erst mal muss man sagen, ja, kann man als Podcast durchgehen lassen. Darfst du ruhig so schreiben. Und das mit dem Lachen, das ist nicht schlimm. Das sind Nebenwirkungen, die bringt das manchmal mit. Aber das ist durchaus, durchaus okay. Also endlich mal auch ein richtig positiver Kommentar, ne? Unsere gute Freundin Diana, die immer zuhört. Auch bei allem, was wir hier machen. Die hat das ähnlich geschrieben. Aber ich habe noch andere Kommentare hier tatsächlich. Und zwar von, ähm... Vor allem, vor allem war es nicht auch Diana, die geschrieben hat. Sie möchte mit 80 Würfeln. Genau, Diana und aber auch KL. KL hat nicht nur geschrieben, er möchte gerne, dass wir würfeln. Ich weiß nicht, ob er KL heißt oder KL. Das weiß ich nicht. Ähm, sondern er hat noch eine Schlagzeile. Wir haben letztes Mal ja die drei Punkte gemacht, ähm, zu Schlagzeilen, die es über den HSV irgendwann mal geben wird. Und er hat die Schlagzeile 500 Millionen Euro. Weltfußballer Pierre-Michel Lasogga kehrt nach Hamburg zurück. Hat er als Kommentar drunter geschrieben. Finde ich großartig. Hat auf jeden Fall, ne? Hat auf jeden Fall eine belühende Fantasie, der Junge. Aber man muss sagen, Pierre-Michel hat gerade den Verein gewechselt, für alle, die es nicht mitgeglichen haben. Und er ist das Spiel, er ist der Treffer, er ist der neue Held. Von, ich weiß nicht, wie der Verein ausgesprochen wird, aber... Wer weiß. 500 Millionen. Chips. Ist doch leppisch. Chips business läuft auch. Genau, Chips verkaufen und Fußball spielen. Eigentlich die beste Kombination, die man machen kann. Ähm, ja, das waren so die Kommentare, die mir ins Auge gestochen sind. Plus einen, den möchte ich... Es gab auch noch... Was denn? Ich möchte noch einen machen. Hast du noch einen? Ja. Ja, okay. Von Marcy Kehl. Den hat er aber nicht unter Lederlapskraus Leisten hochgemacht. Es ist mein absoluter... Das trifft auch ganz gut mit den Namen bei dir. Marcy Kehl ist mein absoluter Lieblingskommentar aller Zeiten unter jemals einem Moin-Volkspark-Video. Und zwar der Kommentar, ich vermisse die Rautenperle. Und der Kommentar an sich... Der Kommentar ist schon groß. Das war sogar unter einem Video von mir, ne? Deswegen ist mir das... Aber die Antwort, die dann kommt auf die Frage ist, warum vermisst du denn die Rautenperle? Das, was wir hier machen, ist doch sehr, sehr ähnlich. Die Antwort, die dann kommt, ist einfach für mich Legendenstatus. Ich mochte die Mitarbeiter. Und ich finde, das muss man an der Stelle nochmal sagen, auch wenn man hier jetzt bei der Rautenperle ein neues... Äh, bei Moin-Volkspark ein neues Team zusammengestellt hat. Ähm, nochmal Grüße an alle von der Rautenperle damals. Das waren alles gute Jungs. Und glaub bloß nicht, dass man irgendwie da jetzt im Bösen und Schlechten auseinandergegangen ist. Sondern die haben einfach andere Wege eingeschlagen. Es will nicht jeder Multimillionär werden mit YouTube-Videos, so wie wir. Deswegen ist es einfach eine Sache. Ja, klar, also, aber... Man macht dann das, was man machen muss. Aber sie fehlen mir auch. Sie fehlen mir auch. Ich mochte auch die Mitarbeiter. Mochte ich auch eigentlich, ne? Fast sogar lieber als die Mitarbeiter jetzt hier, bei Lederlapskausleistenbruch. So, das waren die Kommentare. Einen Kommentar habe ich noch, den Beweis, ich will aber auch für später. Okay. Okay. So, jetzt stimmen wir aber von einer schweren Entscheidung, ne? Ist das so? Sollen wir die drei, drei Punkte machen? Joa, finde ich gut. Lass uns damit anfangen. Ein bisschen schwerer starten. Das können wir gerne machen. Aber du musst erklären, worum es geht. Die drei, genau, die drei, drei Punkte. Wir denken uns drei Punkte aus zu einem entsprechenden Thema. Welches wir vorher festlegen. Wir haben zum Beispiel schon nach einem neuen Maskottchen für den ASV gesucht. Und heute haben wir, wie soll man es sagen, drei Wettbewerbe uns ausgedacht, die dem Fußball noch fehlen. Oder eben nicht. Grund, naja, du hast es schon mal so ein bisschen angesprochen. Es ist halt ein aktuelles Thema, ne? Es gibt die, äh, die Club-WM, die gerade jetzt in Corona-Zeiten, äh, durchaus sinnvoll und durchaus gut war. Äh, möchtest du da was zu sagen, oder? Ja, also, ich bin ganz ehrlich. Ich habe mich selten in letzter Zeit über Dinge im Fußball aufgeregt. Aber das ist so ein Ding. Und jetzt auch diese Arroganz, sich hinzustellen, noch zu erzählen, ja, diese ganzen Pseudo-Experten, die wissen ja gar nicht, wovon sie reden. Und die Bundesregierung solle doch mal endlich wieder gute Schlagzeilen machen. Eine gute Schlagzeile wäre gewesen, der FC Bayern verzichtet darauf, nach Katar zu fliegen, mitten in einer weltweiten Pandemie, um ein scheiß Weltpokalspiel gegen einen mexikanischen, äh, Meister zu gewinnen, mit 1-0. Und dann am Ende des Tages festzustellen, dass die Hälfte der Mannschaft wahrscheinlich Corona hat, aber nur bei Thomas Müller, weil der halt ausgeplaudert hat wahrscheinlich, das, äh, zufälligerweise aufgefallen ist. Ja, genau. So, also es ist der größte Schwachsinn hochziehen und es ist leider ja nicht nur das, es hört ja damit nicht auf. Die Champions-League-Spiele werden nach Budapest verlegt. Es war halt, es war halt, es war halt für den FC Bayern München ein Riesenskandal, ein Riesenskandal, dass dieser scheiß Flieger nicht abgehoben ist. Ja, das war deren Problem. Jetzt überleg mal, natürlich gibt's Corona, natürlich sterben Menschen, natürlich gibt's auch ganz andere Probleme auf der Welt, hungern Leute oder sonst was. Aber es kann doch nicht sein, dass der Flieger nicht abhebt. Aber ist immer wirklich. Das war ja auch klare Wettbewerbsforterung. War das die Lufthansa? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, mir ist auch scheißegal. Die hätten da zu Fuß von mir aus hingegeben. Die sollen geschlossen zurücktreten, die ganze Lufthansa. Alle. Und müssen die Millionen zurückgeben, die sie vom Staat bekommen haben. Alle. Ja, echt. Da wäre noch was Gutes mit bei rumgekommen. Und womit? Mit Recht. Mit Recht. Kann doch nicht sein. Die Schweinerei ist doch die Champions-League-Spiele. Du musst dir mal reinziehen, wenn du sagst, wir spielen Liverpool gegen Sevilla, spielen wir in Budapest. Alleine wenn du diesen Satz jemandem sagst, und das in der weltweiten Pandemie, dann muss doch jeder normal denkende Mensch sich an den Kopf fassen. Oder sofort sagen, lass gut sein. Also das ist doch Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist gegen jeden Verstand. Ja, das ist gegen jeden Verstand. Und es geht um Geld. Und dann verschwinden halt eventuell auch aktuelle Themen mal wieder irgendwo in der Schublade. Also ich weiß nicht, das ist noch nicht ganz so lange her. Ich würde behaupten, es war ein fließender Übergang zwischen, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, mit Greta Thunberg, wie hieß das? Friday for Future. Friday for Future. Ja, genau. Ja, genau. Die haben alle getestet, aber die haben auch alle Frauen und Kinder und die gehen nächsten Tag im, keine Ahnung, was ist so ein Nobel-Einkaufsladen? Ich weiß es nicht. Da gehen die einkaufen und dann ist die Hälfte der Leute, die da in der Nähe wohnen, auch angesteckt, wenn die denn infiziert sind. Das ist kompletter Mumpitz, damit irgendwie Menschen in Gefahr zu bringen, mit so einem Scheiß wie Weltpokal zu spielen. Nur damit St. Pauli sich Weltpokalsieger besieger nennen kann. Das ist der einzige lustige Grund gewesen, warum es diesen Pokal überhaupt gibt. Da muss man ja mal echt sagen, das ist das einzige, warum überhaupt jemand weiß, was diese Meisterschaft bewirken soll. T-Shirts bedrucken, mehr kannst du damit nicht machen. Das ist gar nichts. Ja, gut. Aber wir haben auf jeden Fall... Lassen wir es liegen. Wir haben festgehalten, die Club-WM ist ganz einfach, also ich will jetzt ja nicht... Irgendwas, aber es ist für den Arsch, ganz einfach. Das bin ich sicher, ja. Aber ich meine, man könnte das ja vielleicht ein bisschen anders gestalten. Es könnten ja andere Wettbewerbe geben. Und wir haben jetzt als Tipp quasi für die Herren von der UEFA und von allen anderen Verbänden, haben wir jetzt jeder drei Tipps, was für einen Wettbewerb sie gründen können. Und die werden so viel Geld abwerfen, da bin ich mir jetzt schon sicher. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch eine Idee habt, für einen anderen Wettbewerb, was ihr noch machen würdet. Immer reinschreiben. Und ich schreibe auch gerne mal als Bewertung dazu, wie ihr die Ideen findet, die jetzt gleich kommen. Ich bin sehr gespannt, was der Michel hat. Ich würde meinen ersten, also meinen dritten Platz einfach mal vorweg schießen, wenn das okay ist. Ich drängel mal so. Ich habe ja von dir schon gehört, dass du warst einmal wieder sehr schnell fertig mit deinen drei Punkten. Kaum habe ich diesen Vorschlag gemacht. Zack, bin fertig. Und du hast ein bisschen durchklingen lassen. Es ist sehr seriös und vernünftig. Was ist da los? Ich könnte mir vorstellen, dass... Machst du dir ernsthaft Gedanken? Ja, das eine oder andere davon wird, glaube ich, kommen in den nächsten zehn Jahren. Okay, also vielleicht habe ich dann den passenden Gegenpart dazu. Ich sage dir mal das Erste. Und dann sagst du mir mal, dass das nicht sehr wahrscheinlich auch irgendwann mal gespielt wird. Ich bin ja sehr, sehr großer Verfechter auch des American Football. Und wir haben ja hier auch bei Instastar letztes Mal Tom Brady gegen Patrick Mahomes gespielt. Und deswegen ist eine Idee einfach, die kam mir sofort. Und zwar beim American Football gibt es immer am Ende der Saison das sogenannte All-Star-Game. Das heißt, die Spieler aus den zwei Ligen, das ist ja bei denen NFC und AFC, spielen gegeneinander. Die jeweils besten Spieler werden zusammengepackt in zwei Mannschaften. Das sind die All-Star-Mannschaften. Und die spielen so eine Art Schauspiel gegeneinander. Aber es ist schon ein bisschen ernst auch noch. Aber es ist so, verletzt euch nicht. Ist so der Obertenor des Ganzen. Heißt, also wie müsste ich mir das Ganze dann im Fußball vorstellen? Im Fußball ganz simpel. Du nimmst eine Jury aus zum Beispiel Kicker-Leuten. Oder du kannst auch von mir aus die Kicker-Noten des Jahres nehmen oder irgendwie sowas. Und du ermittelst die zwei Mannschaften, die sozusagen die besten Spieler stellen. Also elf Leute auf der einen Seite und elf auf der anderen. Die zwei besten Torhüter der Saison, die vier besten Innenverteidiger. Und teilst die dann entweder per Losverfahren oder wie auch immer. Teilst die in zwei Mannschaften auf und spielst am Ende der Saison sozusagen die 22 besten Spieler der Saison. Stehen auf dem Rasen, völlig egal auf welchem Verein, die ursprünglich kamen, stehen auf dem Rasen, spielen gegeneinander. All-Star-Game der DFL. Könnte tatsächlich ein interessantes Spiel werden, ne? Das könntest du ja auch durch die erste, zweite, ich weiß nicht wie weit diese Bewertungssysteme so großartig laufen, aber könnte man ja wirklich immer durchspielen. Kannst du theoretisch für jede Liga machen, kannst du ein All-Star-Wochenende draus machen, ist auch so ein bisschen Connection noch, dann kann sich der ein oder andere noch mal präsentieren. Es gibt schöne Sondertrikots, ja, weil die spielen natürlich in einem Trikot, aber das eine Trikot hat immer das Emblem des jeweiligen Vereins drauf. Also wenn du jetzt Jerome Boateng bist, hast du zwar dieses weiße Trikot an, was alle in deinem Team anhaben, aber bei dir auf der Brust ist die Bayern-Applikation. Und so halt dann halt, spielst du halt einfach gemischt aus den ganzen Mannschaften, kannst du so als Verständigung zwischen den Vereinen sehen oder kannst du auch einfach nur sagen, in der Halbzeitshow singt Helene Fischer irgendwas und wir verdienen wieder mehr Geld. Darum geht's ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Naja gut, dem kannst du ja entgegenwirken, indem du den ganzen Haufen Geld nimmst, den ganzen Pott, der sich da ansammelt und das Ganze irgendwo dem guten Zweck zuführst. Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel. Zum Beispiel. Also All-Star-Game der deutschen Fußballliga ist meine Idee auf Platz 3. Ja, okay. All-Star klingt gut, klingt nach den Besten der Besten. Ich denke, die Besten der Schlechtesten werden zu wenig gewürdigt. Also es sollte auf jeden Fall ein, sowas wie, man kann es ja auch durch die Ligen spielen, so ein Kreisklassen-Mannschaften-Best of the Worst, weißt du? Also wo einfach die Letzten, die Letzten der Ligen, kannst du dir dann ja aussuchen, deutschlandweit oder in der Kreisklasse, Kreisliga dann irgendwie, keine Ahnung, pro Bundesland oder so, könnten ja auch gegeneinander antreten. Und der Beste von denen wird dann der Beste der Schlechtesten. Das ist doch, das ist doch immer eine Würdigung. Die goldene Ananas gewonnen. Also du stehst auf dem letzten, ja du stehst auf dem letzten Platz, hast irgendwie 1 zu 78 Gegentore, hast nix, hast nix gerissen, bist nur da, weil du halt einfach nicht weiter absteigen kannst, aber hast trotzdem mal die Chance irgendwie einen Pokal zu gewinnen. Ist doch auch mal was Schönes. Und kannst trotzdem dann noch gegen Schalke 04 spielen. Das hast du dann aber gegen Schalke spielt, dauert nicht mehr lang, sind die dabei. Ich meine, gib denen auch mal wieder eine Chance. Wenn der Letzte hier, oder habe ich es richtig verstanden? Das ist die letzte Mannschaft einer jeden Liga sozusagen, die trägt ihn dann an. Genau, das kannst du ja gestalten, wie du willst, genau. Der Anti-Pokal. Du kannst das natürlich auch international spielen, ne, die Letzten der Ersten liegen, oder wie gesagt, halt sogar in der Kreisklasse, dann halt am besten irgendwie landesweit oder wie auch immer. Ja, finde ich schön. Ja, also Kreisklasse oder Mannschaften, best of the worst. Ist auch richtig appetitlich einfach anzugucken, dann wahrscheinlich. Ist ganz hoher Sport. Ist ganz hoher Sport, ist ganz hoher. Und je weiter es ligatechnisch nach unten geht, desto höher ist wahrscheinlich der Alkoholregel nicht mehr neben, sondern auf dem Platz. Ja, aber kann man wieder verkaufen, 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 das passt. Und ganz ehrlich, wenn man mal wirklich mal bei Sky so ein Kreisligaspiel übertragen würde, mit dem selben Aufwand, den sie betreiben für Bundesligaspiele, ich sag dir, es würden genauso viele Menschen gucken. Es ist, glaube ich, einfach, du kannst es gut aufbereiten. Lothar Matthäus da hinstellen und erzählen lassen hier, wie irgendwie Manfred und Kalle da hinten hier sich jetzt gerade den Ball zuschieben. Das wollen wir mal ein bisschen schlau machen. Ja. Genau, gerade noch die Maurerkelle in der Hand. Ja. Jetzt schon wieder auf dem Feld. Ja. Oh, und jetzt der Pass. Der Pass zu, ich weiß es nicht. Ewald war gestern noch in der Ausnüchterungszelle. Da ist er wieder. Da ist er jetzt eingewechselt. Er wechselt sich selber ein. Wo ist eigentlich der Trainer? Das war einfach... Oh, Hadegrätsche von Peter Pedersen, gerade noch auf dem Silo-Tracker und jetzt hier am Pflügen. Ob der wieder aufsteht, du, das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Ja, warum nicht? Ich fand's gut. Ich fand's gut. Aber richtig high class. Auch so mit so, dass die Kreisligaspieler dann so als Typiko-Werbespot vorher laufen und so. Das wäre dann wirklich... Oh ja. Das wäre geil. Ich würde es mir angucken. Gibt's... Falls hier jemand, falls hier irgendwie jemand Ahnung hat, ne? Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es Fernseh- und Filmrecht in der Kreisliga gibt. Es gibt auf jeden Fall in Hamburg im Amateurfußball, gibt's ja mehrere Portale. Die das machen. Also Elbkick-TV und so. Die machen ja so ganz viel Amateurfußball in Hamburg zum Beispiel. Also es gibt auf jeden Fall auch... Ja, gut, aber filmen die dann auch die wirklich untersten Ligen und die Schlechten schon echt viel? Ich weiß nicht, ob die untersten. Das weiß ich jetzt nicht. Aber die filmen echt viel. Da muss man hier mal bei mir in Schleswig-Holstein vielleicht mal gucken oder sowas. Auf dem Dorf ja vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ha! Ich finde es gut. Das ist eine gute Idee. Also diese Mannschaften würden dann mehr in den Fokus gerückt. Das fände ich nicht verkehrt. Lass uns mal die Bubble, in der wir sind, die Bubble deutscher Fußball, kurz verlassen. Für meinen Platz 2. Ich hab nämlich ein bisschen... Ja, dann mal los. ...ein bisschen größer gedacht. Weil Geld verdienst du ja irgendwie um die ganze Welt rum. Das ist ja... Du brauchst ja Weltvermarktung. Du brauchst ja nicht nur deutschlandweit. Du brauchst ja Weltvermarktung. Wir reden von einem neuen Turnier. Das sogenannte Kontinental-Turnier. Deutsche Nationalmannschaft kennt jeder. Guckt keiner mehr. Alle möglichen anderen Nationalmannschaften kennt auch jeder. Guckt keiner mehr. Wir müssen das nächste Level erreichen. Auch mit dem Blick darauf, dass wir eines Tages Außerirdische treffen. Und gegen die Fußball spielen müssen. Deswegen machen wir es jetzt kontinental. Das heißt, Europa spielt gegen Nordamerika, gegen Südamerika, gegen Asien, gegen Australien, Ozeanien und Afrika. In einem Kontinental-Turnier. Jeder gegen jeden. Die Kontinental-Liga. Gesponsert von Kontinental-Reifen. Und... Die Wetten sind natürlich eindeutig. Ich würde behaupten, Europa und Südamerika werden das mit sich ausfechten. Aber wenn ihr euch mal anguckt und mal die Mühe macht, die habe ich mir jetzt nicht gemacht, aber die Mühe mal macht, die südamerikanische erste Elf aufzustellen, ich glaube, das wird richtig geil. Ich glaube, da kommen richtig geile Kicker zusammen. Ja, es ist aber auch nicht so einfach, oder? Ich muss ja mal überlegen, es sind halt... Gut, kommen natürlich noch ein paar Auswechselspieler dazu, aber es sind halt eigentlich Elf, die du ja erstmal auf dem Platz haben musst. Ja, du wirst ja in Südamerika elf Leute finden, die geil Fußball spielen. Ja, ja, aber wen setzt du dann ein? Das sind ja so viele. Ja, das ist natürlich eine geile Mannschaft. Europa ist jetzt auch nicht so einfach, ne? Wahrscheinlich ist es auch in Nordamerika nicht einfach. Also, ich weiß nicht, ob Bobby Wood seine Chance kriegen würde. Zum Beispiel. Definitiv, wenn einer, dann der. Wahrscheinlich. Aber es wäre auf jeden Fall spannend. Und ich glaube tatsächlich, es wäre so ein bisschen Europa gegen Südamerika, wäre so das Klassiko. Weil das, glaube ich, die beiden Kontinente sind, wo die fußballerisch... Aber Afrika zum Beispiel darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ich glaube, das kann... Nee, sollte man wahrscheinlich nicht, ne? Das Momentum, was dann so kommen kann. Und Asien ist ja auch so ein Markt, den man überhaupt nicht überblicken kann in Deutschland. Da kriegst du ja nicht viel von mit. Und wenn es so ein Kontinentalturnier geben würde, könnte ich mir vorstellen, dass die nochmal richtig aufrüsten. Und sagen, hier, wir haben nochmal ein paar Leute an den Bürger. Du musst mal legen, es geht um... Ja, elf Topspieler kriegen die vielleicht auch gerade noch hin, ne? Ja. Zu Barca oder so. Das ist... Wo spielt der noch? Nein, ist auch egal. Würzburger Kicker. Ja, schöne... Ach so. Ja, schöne Idee. Also die Kontinentale Liga. Ich glaube, das könnte wirklich funktionieren. Ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass das irgendwann der Moment ist, wo man sagt, Nationalmannschaften, irgendwie hat es einen Beigeschmack, irgendwie ist es nicht mehr so geil. Lass doch mal lieber Kontinente gegeneinander spielen. Das ist ja irgendwie auch... Ich würde es mir vielleicht sogar angucken das erste Mal. Besser als nur Euroleague. Auf jeden Fall. Kurz mal. Na ja. Ja, schöne Idee, schöne Idee. Vor allem ja auch im Turniermodus. Im Turniermodus bin ich nämlich auch bei meinem Platz zwei. Und zwar denke ich, das gibt diverse Möglichkeiten, irgendwie auch noch Sachen auszuspielen. auch intern in einer Liga. Weißt du, es sollte nicht immer nur so... Ja, jetzt gerade, wo Fußballvereine ja auch nochmal auf andere Sachen mitgehen. Weißt du, es gibt ja jetzt überall auch eine E-Sports-Abteilung und so weiter und so fort. Warum sollte man da nicht auch mal, wo ich vorhin schon von der Kreisklasse geredet habe, vielleicht mal den Blick zu den Wurzeln des Fußballs werfen. Ich denke, eine Lattenschießen-Liga oder EM oder WM oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, wäre eigentlich mal was ganz Schönes. Mal wieder ein bisschen zurück auf den Bolzplatz, ne? Stellst du ein paar Leute hin und dann sollen sie mal ein bisschen Latten schießen. Das kannst du sogar im Turniermodus machen. Aber mehr passiert auch nicht. Die schießen einfach nur gegen die Latte. Also es ist nur Latten schießen. Ja, natürlich. Natürlich, manchmal ist das spannender als ein ganzes Spiel. Ja, das stimmt. Du suchst dir einen Punkt aus, von dem geschossen wird, Strafraumgrenze oder sonst was und zack, best, keine Ahnung, best of three oder five. Je nachdem, wer mehr getroffen hat. Wie so ein Elfmeterschießen, nur ein Latten schießen. Vielleicht auch für die Halbzeit mal ganz schön. Das könnte ich mir vorstellen. Für die Halbzeit würde ich mir das... Du könntest das auch einfach Fans machen lassen. Du könntest es auch Fans machen lassen. Und zwar immer dann von den entsprechenden Mannschaften, die da sind. Und dann gibt es halt eine entsprechende Lattenschieß-Fan-Liga. Das kannst du ja einfach... Die sind ja eh da. Das finde ich geil. Corona-bedingt natürlich nicht. Wenn die Fans im Stadion zurück sind, dann als Halbzeit-Show. Aber halt flächendeckend in jedem Stadion in Deutschland, in den 18. Ersten Liga-Stadien, gibt es immer drei Fans sozusagen, die beim Lattenschießen antreten müssen. Und die sind auch wie so eine Dart-Liga. Die sind festgelegt, die kennt zwar keiner, aber die sind festgelegt und die kommen dann in der Halbzeit aufs Feld und müssen Lattenschießen aus. Das fände ich geil. Ich glaube, das würde gehen. Aber nur das würde ich mir jetzt nicht angucken. Nee, aber vielleicht so. Und als Gewinn ist immer schon mal festgelegt eine Kiste Bier. So wie sich das gehört. Ja. Wertgutscheine von Aramag oder so. Ach, super, super, super. So, brauchen wir jetzt einen Trommelwirbel oder ist dein erster Platz? Ich glaube tatsächlich, das, was ich auf dem ersten Platz habe, ist so genial, das wird definitiv aus diesem Podcast geklaut. Weil alleine der Name ist schon so mega. Als du mir vorhin gesagt hast, das ist die Idee und hast da Bock drauf, fiel mir das sofort ein. Als ich mir das einfiel, habe ich gesagt, okay, machen wir. Und da hatte ich aber schon zwei Ideen sozusagen. Also das Einzige, was ich noch nicht hatte, war das Kontinentalturnier. Aber All-Star-Game habe ich ja von der NFL geklaut. Und jetzt klaue ich richtig. Wir spielen ab sofort... Ich bin gespannt. ...den ESC. Ist das nicht der... Was ist denn das? Eurovision Sport Contest? Nee, nee, nee. Das ist ursprünglich der Eurovision Song Contest, ja. Bei mir ist es aber auf Deutsch, wir übersetzen es auf Deutsch, der Ersatzspieler Cup. Der Ersatzspieler, ja. Pass auf, die 15 Spieler von jedem Verein, die einen Profi-Vertrag besitzen, aber in der abgelaufenen Saison die wenigsten Einsatzminuten hatten, die haben die Sommerpause nicht verdient. Das heißt, sie kommen in der Sommerpause zur Belustigung des Fußballvolkes zusammen und spielen in einem Pokalmodus, 18 Mannschaften haben wir pro Liga, spielen in einem Pokalmodus nochmal den deutschen ESC-Meister, den Ersatzspieler-Cup-Meister aus und jetzt pass auf, es wird noch viel, viel besser, weil das ist jetzt erst mal noch ein bisschen Blödelei, aber es wird geil, weil dadurch haben alle Profi-Spieler, die in der laufenden Saison keine Chance hatten, sich zu zeigen, die Möglichkeit, im Sommer wie so eine Art Bootcamp, Trainingscamp vorzuspielen vor den ganzen Managern und den ganzen Sportvorständen und so weiter, weil die sitzen da ja hundertprozentig auf der Tribüne, während Aaron Hunt in Dubai Cocktail schlürft, spielt dann bei uns eben die erste Elf sozusagen aus Leuten, die am wenigsten gespielt hat. Ich sag dir mal ganz kurz, wäre das beim HSV... Und qualifizieren sie sich doch wieder für eine erste Elf, wenn es irgendwo anders ist. Und beim HSV sind das im Moment folgende Spieler, ich hab das extra mal rausgeschrieben, folgende Elf würden wir als HSV auf den Platz checken für den ESC. Im Tor, weißt du selber, oder? Tom Mikkel wahrscheinlich. Genau, schon mal ein Sympath als Torwart dabei. Die Abwehr würde folgendermaßen aussehen, in der Innenverteidigung würden im Moment ja lange verletzt gewesen, Rick van Drongelen, und im Moment ein bisschen hinten dran, weil wahrscheinlich noch zu jung Jonas David stehen. Das wären unsere Innenverteidiger. Jonas David noch keine Einsatzchance bekommen, Rick ist jetzt in Kürze wahrscheinlich wieder mit dabei, aber beide hätten es verdient, in dem ESC mitspielen zu können für den HSV. Und außerdem beide auch, glaube ich, auf dem Niveau, dass das nicht peinlich werde. Außenverteidigung, Jan Jamra und Joscha Wagnumann. Kannst nicht motzen. So. Ist unsere... Also bisher kann man sich echt nicht beschweren. Könntest du auch so in die Liga reinschicken. So. Im zentralen Mittelfeld können sich dann Gideon Jung und Klaus Jasula die Klinke in die Hand reichen. Und auf den Außenbahnen, das wird so ein bisschen schwieriger, weil es ist bei uns im Mittelfeld ein bisschen Überschuss, haben wir Moritz Quarteng, den jungen Mann mit dem wunderbaren Namen Heil. und Amadou Onana, der immer noch nicht so wertgeschätzt wird, wie ich das gerne hätte, aber ich bin ja auch nicht der Trainer. Das wäre unser kreatives Mittelfeld. Okay, aber das ist dann ja auch genau für so einen, die, eben die eine Chance, ne? Genau. Und im Sturm, es ist völlig klar, wer die Wunden knipst für den HSV beim ESC, Bobby, The Wood Hammer, Wood. Weil der hat immer noch am wenigsten Einsatzzeit, immerhin dieses Jahr ein paar Einsatzzeiten, aber er würde dann spielen. Und wer weiß denn... Bobby Morningwood, ey. Ja, tatsächlich. Am Ende dieses ESC sagt der HSV vielleicht, ey, dieser Typ, warum haben wir den nie gesehen? Der schießt da Bude um Bude, gibt dem Mann vier Millionen Euro Vertrag pro Jahr und sag mal, Vertragsverlängerung für Bobby. Weißt du doch nicht. Vielleicht. Auf jeden Fall. Das ist doch eine Sache, die würde sich dann definitiv lohnen. Ich meine, wenn du das dann da siehst, kann es wahrscheinlich nicht mehr anders. als Zuschauer den Vorteil. Ich meine, ganz ehrlich, jeder Fußballfan hat sich schon mal irgendwann in der Sommerpause gelangweilt und hat gesagt, oh Mann, jetzt würde ich gerne ins Stadion, geiles Wetter. Kannst irgendwie, ne, Weg zum Stadion, ein T-Shirt und kurzer Hose. Ist alles viel geiler als im Winter. Und dann guckst du dir halt den ESC an und guckst dir halt diesen Kram da an. Und als Trainer könntest du halt auch überlegen, du hättest nochmal 18 weitere Trainer sozusagen, die eine Chance haben, aus einer Mannschaft, die jetzt so nicht trainiert hat als Mannschaft, ad hoc was zu machen und sich zu empfehlen für einen Job in der Bundesliga. Ich fände es großartig, wenn du das dann überträgst auf alle Ligen auf der Welt, also alle Top-Ligen, also Italien, England, Spanien und so weiter, spielen sie alle den jeweiligen ESC, den Ersatzspieler-Cup und du hast im Sommer, hast du fantastisch was an Fußball zu sehen. Dann zwischendurch das Kontinentalturnier und ja, das wäre so mein Vorschlag, Platz 1, der ESC im Fußball. Es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht, vor allem, also zwei Fliegen mit einer Klappe, die leidige Sommerpause ist dann endlich weg, die ist sowieso immer zu lang und wie du es schon sagst, endlich kannst du mein T-Shirt und kurzer Rose ins Stadion und zack, ist Sommerpause, es ist ekelhaft, aber ja, finde ich eine gute Idee, schöne Sache und mein Platz 1 ist, oder hat den großen Vorteil, er kann für alle, für alle Punkte, für alle fünf Punkte, die wir jetzt hatten, kann er angewendet werden. Es ist quasi, quasi etwas, was nebenbei so mitläuft. Es gibt ja so Sachen wie ein Fairplay-Wettbewerb, der läuft nebenbei einfach mit und am Ende kriegt derjenige, der halt super fair war, dann, ich weiß ja nicht, was die kriegen, irgendwelche Extrapunkte. Was kriegen die eigentlich? Ara mag verzerrgutscheinig. Ich weiß noch, dass man früher bei so einem Bundesliga-Manager, den ich mal gespielt habe, da kriegte man irgendwie so ein bisschen Geld dafür, wenn man den Fairplay-Preis gewinnt. Das heißt, du konntest deine Mannschaft einstellen auf nicht so hart in die Knochen gehen, lass die anderen mal laufen, so nach dem Motto, und dann kriegtest du immer sicher safe irgendwie und konntest am Ende des Jahres shoppen gehen. Aber das war auch ein lustiger Bundesliga-Manager-Headtrick an dieser Stelle. Grüße an die Entwickler dieses Dings. Ich will die wiederhaben. Der war echt geil. Das war der beste Bundesliga-Manager aller Zeiten. Ohne Witz. Naja, aber worauf ich jetzt hier eigentlich hinaus wollte, Ja, bitte. Worauf ich hinaus wollte, warum gibt es denn eigentlich nur einen Fairplay-Wettbewerb? Warum gibt es denn keinen Unfairplay-Wettbewerb? Es wird mal wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass das mal eingeführt wird. Und zwar geht es dann da einfach wirklich um Fouls und Karten. Und ich denke, damit man das, naja, auch ein bisschen interessanter gestalten kann, sollten verletzte Gegenspieler einfach doppelt zählen. Weißt du, die sollten die Punkte einfach nochmal weiter nach oben treiben. Am Ende der Saison, am Ende der Saison gibt es auf jeden Fall für den, der die meisten Unfairplay-Punkte gesammelt hat, den goldenen Krückstock. Ja. Und, naja, ich weiß nicht, was vielleicht sonst noch, aber so weit konnte ich das schon mal für mich zurecht denken. Geht das in die richtige Richtung, frage ich mich gerade. Sind wir dann nicht Definitiv, warum nicht? Sind wir dann nicht schnell bei der Kategorie, ich werde in der 92. Minute irgendwie jemanden nochmal wegflexen von der Seite, in der Hoffnung, diesen Unfairplay-Preis zu kriegen? Ja. Beim 5-0-Stand, wenn meine Mannschaft 5-0 führt, wird dann nochmal einer Hüft hoch in die Seite weggedagelt. Ich will die Rote jetzt. Wo ist Bein? Habe ich nicht gesehen, wusste ich nicht. Tut mir leid. Nee, ich sehe das aber auch als Chance. Also klar, wird da mal einer weggegrätscht und vielleicht brichst du dem auch mal was. Aber es ist ja auch eine Chance für andere Mannschaften. Ja, das stimmt. Weißt du, es wird nicht mehr auf die Gelbsperre geachtet. Da wird gesagt, ey, wir haben ja den 14. Spieltag, du hast erst drei gelbe Karten, was stimmt mit dir nicht? Was stimmt mit dir nicht? Wir brauchen das Geld. Wir brauchen den goldenen Krückstock. Ich weiß nicht. Also, vielleicht gibt es da wirklich ein bisschen Kohle für oder so. Ich meine, es gibt genug dann, die da dran verdienen, irgendwelche Ärzte und Pharmaunternehmen oder sowas. Die könnten das Ganze sponsern. Ja, Bipanthenen Heilsalbe sponsert den Unfairplay-Pokal. Oder irgendwas. Genau. Oder Knochenbrüche, die mit Bipanthenen wieder geheilt wurden. Irgendwas mit Eisspray. Da ist was möglich. Finde ich gut. Finde ich gut. Mir fällt auch gerade noch eine Sache ein, die habe ich überhaupt nicht aufgeschrieben, aber jetzt stell dir mal vor, ich überlege nämlich gerade, wie man die Leute mehr einbinden kann. Der Videobeweis, ist ja lästig genug. Ja. Wenn du das jetzt als Interaktiv-Plattform machst, das heißt, der Schiedsrichter geht raus, guckt sich das an, du siehst das im Fernsehen ja eh und dann kommt aber eine Abstimmung, war das Tor oder war das Abseits? Und die Leute müssen innerhalb der nächsten zwei Minuten. Und dann wird das, nee, das wird dann genauso, genauso gestaltet, wie bei Germany's Next Top Model, wenn die Gewinnerin verkündet wird. Es wird einfach eine halbe Stunde um den heißen Brei geredet, fünfmal Werbung reingeschaltet. Die Leute müssen dann da anrufen, weißt du, wie das früher bei diesen Televotings war. Die Leute müssen anrufen für 49 Cent. 49 Cent pro Anruf, Anrufe aus dem Mobilfunk, abweichend. Abweichend, möglich, dass es 20 Euro pro Minute sind und du rufst dann da an und dann versuchst dann den Videobeweis quasi, der ist ja sowieso willkürlich mittlerweile, zu beeinflussen für dein Team. Ja, dann kannst du sagen, hier, das war doch kein Abseits, das war doch ein Tor, rufst du da nochmal an. Mensch, Klaus, ruf auch nochmal an. Manfred, mach schnell. Das ist nochmal eine ganz andere Community. Ich vermute ja, ich vermute, im Kölner Keller wird manchmal auch einfach nur gewürfelt. Wie ich da jetzt drauf kommen, weiß ich nicht. Würfeln ist aber schon hart unseriös. Ja, denke ich auch. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wer weiß. Okay, aber die drei Punkte, neue Wettbewerbe für den Fußball, Commerz-Scherze, möchte ich fast sagen. Schreibt doch mal eigene Ideen noch in die Kommentare rein. Wir freuen uns sehr und vielleicht kommt euer Kommentar ja als Tibi-Tobbi-Kommentar. Tibi-Tobbi-Kommentar ist das mein neues Lieblingswort. Komm nächste Woche hier mit in die Sendung live. Weiß man nicht, kann passieren. Tibi-Tobbi würde ich sagen. Sascha N. übrigens an dieser Stelle möchte ich grüßen und du hast völlig recht. Einfach mal so da, einfach mal so stehen lassen. Nächste Kategorie, die wir heute machen, wird eine Kategorie sein. Was hat Sascha N. den Punkt denn jetzt geschrieben? Du kannst das nicht so stehen. Nee, nee, nee. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ja, die nächste Kategorie, was? Ich würde jetzt eine Kategorie ausprobieren. Die habe ich jetzt gerade noch nicht vorbereitet, sondern ich mache sie nebenbei und du musst sie jetzt einfach mal versuchen herauszufinden. Und zwar geht es auch wieder um Geld. Heute ist die Folge All about the Money, All about the Benjamins. Aha. Ich möchte von dir Folgendes wissen. Welcher Spieler hat denn in der Historie des Profifußballs die höchsten Transfererlöse erzielt? Und jetzt warte, bevor du antwortest. Warte, warte, warte. Wir machen das natürlich schrittweise. Das heißt, wir beginnen bei, welcher Torwart hat denn die höchsten Transfererlöse erzielt? Transfererlös, nochmal für alle zu erklären, heißt, alle Transfers, die er jemals gemacht hat, das Geld zusammengezählt. Wer ist da der teuerste Torwart der Welt? Und ich sage dir immer drei zur Auswahl. Oh man, das ist nett. Ja, weil sonst ist es ja komplett... Sonst hätte ich es nicht mehr ansatzweise hingekriegt. Das geht ja ganz schwierig. Aber so hätte ich vielleicht eine Chance. Genau, ich sage die drei zur Auswahl und du sagst mir dann, wer von denen ist es wohl, der das ist. Ja? Si, Senor. Und ihr ratet natürlich da draußen wunderbar mit und sagt mir dann, was ich alles falsch gemacht habe, falls ich einen Namen falsch ausspreche oder die Statistik, die ich mir gerade bei Transfermarkt.de geklaut habe, falsch sein sollte. Das kann ja auch sein. Ich weiß es ja nicht. Also, der teuerste Torwart nach Transfererlös ist Antwort A, Manuel Neuer, Antwort B, Gianluigi Buffon und Antwort C, Keppa. Was? Ist das nicht so... Hä? Nee, Klamottenmarke? Nee, Keppa. Ich suche gerade, wie der mit Vornamen heißt, aber der hat, glaube ich, keinen Vornamen. Kann er sein? Da, vollständiger Name. Vielleicht ist... Ach, das ist sein Vorname. Keppa A, A, Ritzapalaga, Revuelta. Ja, und jetzt verankt ihr den Keppa? Warum heißt Keppa Keppa, ne? Na ja, ist er auch. Ich glaube, er ist auch Keppa, weil er hat nur ein P. Keppa Min. Ja, also, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon oder Keppa? Ich habe keine Ahnung, wer Keppa ist, aber das ist er. Nee, das ist er nicht. Buffon? Nee, Keppa. Keppa muss es sein. Es ist Keppa. Aber du hast recht damit, alleine schon, weil ich die da niemals genommen hätte, wenn der jetzt nicht zufälligerweise überweist. Ich habe ihn auch noch nie gehört. Noch nie gehört, das muss er sein. Chelsea-Torwart tatsächlich und der hat auch nur ein einziges Mal einen Transfer gehabt, nämlich zu Chelsea und hat 80 Millionen gekostet. 80 Millionen. Was? Und hat damit mehr Transfererlöse erzählt als Manuel Neuer, der gar nicht aufgeführt wird, gefühlt. Also hier ganz unten 30 Millionen hat der Mario Koste, der war sehr lächerlich. Der hat eben auch nur einen Transfer gemacht und Jean-Louis Buffon hat auch nur einen Transfer gemacht. Auch nur ein einziges Mal für 52,8 Millionen. Also, Torwart hast du schon mal den Punkt geholt. Ja, aber kein Ding für mich. Jetzt kommen wir zum Innenverteidiger. Wer ist denn der nach Transfererlösen teuerste Innenverteidiger aller Zeiten? Ich sage dir wieder drei Namen und du sagst mir, wer ist es? Ist es David Luiz von Arsenal London oder ist es Virgil van Dijk von Liverpool oder ist es Mats Hummels von Borussia Dortmund? Wer war der Erste? David Luiz von Arsenal London. David Luiz. Mats Hummels? Wann kann der denn so teuer gewesen sein? Nee, es ist Luiz. Sagst du David Luiz? Ja, sag ich so. Ist dein zweiter Punkt tatsächlich. Du hast wieder recht. Das ist unglaublich. Der wurde schon fünfmal transferiert und hat auf diesem Weg auf fünfmal transferieren 118 Millionen eingesammelt. Während Virgil van Dijk und Mats Hummels beide nur dreimal transferiert worden sind. Nur in Anführungsstrichen. Und Virgil hat 103 Millionen und Mats Hummels immerhin 69,7 Millionen eingesammelt an Transfererlösen in seiner Karriere bisher. Wenn es sonst nichts ist. Kann man, kann man mal machen. So, zwei Kategorien haben wir noch. Die erste Kategorie ist das zentrale Mittelfeld. Wer ist der Transfererlös teuerste Spieler im zentralen Mittelfeld? Wieder drei Auswahlmöglichkeiten. Wir haben einmal den jungen Mann namens Paulinho. Dann haben wir den jungen Mann namens Frankie de Jong und das wird schwierig den auszusprechen, aber Miralem Pjanic. Das ist jetzt nicht so einfach, weil ich eigentlich in dieser Dreierreihe fest mit Robert Hesche gerechnet hätte. Er ist ganz knapp daneben. jetzt wiederum nicht drin. Ja, deswegen wirft das jetzt alles durcheinander. Wer war das in der Mitte nochmal? Frankie de Jong. Frankie de Jong, ne? Ja. Auch weil Nigel de Jong so ein toller Fußballspieler ist, war aber nämlich ihn. Das ist der einzige Grund. Also, diesmal kein Punkt, weil ich glaube, Frankie de Jong wird das aber noch knacken. Der ist ja erst 23 Jahre alt. Der hat erst zwei Transfer. 96 Millionen schon gekostet. Ist mittlerweile bei Barcelona angekommen. Miralem Pjanic hat auch tatsächlich den FC Barcelona mittlerweile als aktuellen Verein. Hat viermal sich schon transferieren lassen für 110 Millionen. Aber the King of Currywurst ist Paulinho. Paulinho nämlich hat schon sieben Transfers hinter sich. Der Mann ist 32 und hat insgesamt 126 Millionen eingesammelt. Mittlerweile spielt er bei dem sagenumwogenen besten Verein der Welt Evergrande Tao Bao Gian Su Hau. Keine Ahnung. Oh ja, wer kennt die nicht? Weltbekannt. Der Verein hat ungelogen laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 46,83 Millionen hat der Verein. Und das Paulinho oder was? Pass auf. Der Verein hat ungelogen 42 Millionen für Paulinho bezahlt an den FC Barcelona. Das heißt also der Transfermarkt Das heißt ja nicht, dass er so viel wert ist, oder? Der Wert des Vereins basiert einzig oder nein auf Paulinho und 4 Millionen und 800.000 für den Rest des Kaders. Ich weiß es nicht, wie sie das errechnet haben. Das sind irgendwelche Rückstellungen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer Paulinho ist. Ich habe da nicht so richtig Wahnsinn. Keine Ahnung. Aber Glückwunsch. Das ist auf jeden Fall Ich musste jetzt erst wieder an das Maskottchen von Hertha BSC Heißt du nicht, Hertinio oder sowas? Ja genau. Da musste ich jetzt ganz dran denken. Paulinho. Hat der mal bei Hertha gespielt? Ach naja. Okay, letzte Runde von dieser neuen Kategorie, deren Namen ich noch nicht weiß. Aber ich finde es sehr informativ. Es ist Transfermarkt.de an dieser Stelle. Sei gegrüßt. Wenn Sie uns sponsern wollen, dürfen Sie uns gerne mal anrufen. Der Mittelstürmer. Der Transfererlöstechnisch teuerste Mittelstürmer der Welt. Wieder drei Möglichkeiten. Und zwar habe ich die erste Möglichkeit für dich, die Legende himself Zlatan Ibrahimovic oder ist es Möglichkeit B Romelu Lukaku oder ist es Möglichkeit C Nikolas Anelka oder Nikola Anelka, je nachdem, wie man ihn sprechen möchte. Also ich weiß nicht, wie alt die anderen sind und sowas, aber Zlatan Ibrahimovic ist mittlerweile 87, wenn ich richtig informiert bin. Muss mindestens genauso viele Transfers gehabt haben. Heißt also, selbst wenn er jedes Mal nur 1,50 Euro gekostet hätte, hat er auf jeden Fall die höchsten Transfererlöse bis heute, glaube ich, eingebracht. Muss er sein. Oder es sei denn, einer war mal so teuer, dass er da alles zunichte macht. Aber nee, ich glaube, Zlatan Ibrahimovic ist derjenige, der in Summe jetzt am meisten zusammengekratzt hat. Zlatan steht tatsächlich auf Platz 3 der Mittelstürmer, was den Transfererlös angeht. Genau, sag ich ja. Also der ist ja auf Platz 3. Also Anelka können wir vergessen. Anelka ist zwar achtmal transferiert worden, aber hat insgesamt 123 Millionen. Der ist aber auch eine andere Zeit. Der ist jetzt 41, der ist schon in Fußballer-Ruhestand gegangen vor einigen Jahren. Zlatan spielt noch, hat sich siebenmal transferieren lassen und hat insgesamt 169 Millionen eingesammelt. Aber Romelu Lukaku tatsächlich. fünf Transfers nur, nur 212 Millionen Euro insgesamt. Was für ein Wahnsinn. Alles klar. Also die letzten beiden Transfers von Lukaku für 84,7 Millionen und dann für 74 Millionen. Ist mal eine Hausnummer. Erzähl das mal einem beim HSV. Ja, das ist der ganze Marktwert. Ich weiß, der Marktwert des HSV würde mich jetzt interessieren, was Transfermarkt.de zum Marktwert des HSV sagt. Vielleicht können wir uns dann einen davon kaufen. Okay, Gesamtmarktwert 34,7 Millionen. Wir sind raus. Wir könnten uns einen halben Lukaku kaufen vom Gesamtmarktwert auf Transfermarkt.de. Vielleicht hat, wenn wir Kühne nochmal fragen. Ja, das hat bisher immer super geklappt. Also diese Kategorie wurde Ihnen präsentiert von Transfermarkt.de und den Dice Brothers und du hast dich aber gut geschlagen auf jeden Fall, muss man sagen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Es war viel Fachwissen und wenig Raten. Und auch wahrscheinlich extrem wenig Unterhaltung für alle da draußen, weil das war jetzt so richtig stumpfes Ich-Lese-Daten-Vorspiel. Aber ich hab mir nichts Besseres einfallen lassen tatsächlich vor der Sendung und deswegen haben wir das gemacht, um die Zeit zu überbrücken. Apropos Zeit. Na komm. Ja. It's your turn, baby. X-Faktor. X-Faktor. Es wird Zeit, ne? Es wird Zeit, es wird Zeit. Ja, wenn das vorhin nicht so unterhaltsam war, dann wird's jetzt unterhaltsam. Ich hab nämlich, ja, mich auf, auf, auf Suche gemacht nach wahnsinnig unglaublichen Geschichten. Und ich habe zwei gefunden. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Eine, eine, eine habe ich, eine habe ich im Netz gefunden. Eine stimmt nämlich. Und die andere habe ich in den Tiefen, in den Tiefen meiner Hirnwindung gefunden. Die habe ich mir nämlich ausgedacht. Und es, es ist jetzt deine Aufgabe, rauszufinden, welche welche ist. Oder auch die Aufgabe von euch da draußen. Also du schreibst dann in die Kommentare. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Das ist eine, sehr, 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 sehr bereit. Eine meiner Lieblingskategorien. Bisher haben wir immer richtig geraten. Der Druck ist hoch. Der Druck ist wirklich hoch. Ich bin sehr gespannt. Also. Gut zu hören. Hau rein. Spitz die Ohren. Spitz die Ohren. Mach dich frei. Hör zu. Die erste Geschichte folgt nun. Kolumbianische Fans haben einem ermordeten Kameraden einen letzten Wunsch erfüllen wollen und den Leichnam samt Sarg mit in das Stadion geschleppt. Unter den entsetzten Blicken tausender Zuschauer hoben sie bei einem Heimspiel den hölzernen Sarg über ihre Köpfe. Die Jugendlichen hätten den Sarg bei einem Bestattungsunternehmen geklaut. Wie sie ihn durch die angeblich strengen Sicherheitskontrollen bekamen, ist noch unklar. Der örtliche Polizeichef bezeichnet das Ganze als einen unglücklichen Vorfall. Dem Club des Toten brachte der makabere Stadionbesuch anscheinend Glück. Denn kaum tauchte der Sarg in der Kurve auf, gelang der späte 1 zu 1 Ausgleichstreffer. Geschichte Nummer 1. Lass mich ganz kurz zwei Sachen dazu sagen, damit ich es besser im Kopf behalte. Finde ich erstmal extrem glaubwürdig im Vergleich zu vielen anderen Geschichten, die schon wahr waren bei X-Faktor. Weil wenn man sich an die Stadionkontrollen erinnert vor Corona und an das, was beim HSV teilweise alles im Stadion schon untergekommen ist und da würde ich jetzt mal sagen, in Kolumbien ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, dem einen oder anderen Security-Mann eine Flasche Schnaps zuzustecken und einfach reinzugehen mit was auch immer man hat. Und da sind wahrscheinlich schon ganz andere Sachen im Stadion, Kokain-Deals und sonstiges abgelaufen. Das ist natürlich sehr Klischee-Keule, aber wenn man beim HSV mal guckt, was da teilweise, also Grüße an Mr. Meat und seine Jägermeister-Flaschensammlung, die er auf der Nordtribüne verteilt hat in all den Jahren. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass man mit einem Sarg auch problemlos reinkommt, wenn man den jeweiligen Security-Mann kennt und vielleicht ist das ja auch ein verstorbener Fan, der vielleicht auch einen hohen Rang hatte innerhalb dieser Szene der dann irgendwie auch entsprechend von den Security-Leuten geschätzt wurde oder irgendwie sowas. Also finde ich jetzt erstmal relativ wahrscheinlich als Geschichte. Dass sie ein 1-1 schießen, ist auch kein großer Skandal. Das wird ja nicht wegen dem Sarg passiert sein, sondern einfach, weil halt Zufall. Aber 1-1 ist ja jetzt, wenn die jetzt in dem Moment Real Madrid geschlagen hätten, okay, aber also erstmal klingt es sehr realistisch. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Geschichte 2, weil es könnte jetzt natürlich gefährlich werden. Wenn die jetzt auch realistisch ist, dann ist das natürlich kacke. Du hast vorhin schon so ein kleines Klischee angesprochen, ne? Denn Kolumbien ist vor allem für 1 bekannt. Und das ist nicht Fußball, sondern sein ausgezeichnetes Kokain. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich dachte, den Kohlanbau. Ja, 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 ja. Das ist doch Kolumbien. Also, pass auf, ne? Ja, ja, Kolumbien. Genau, genau. Kokain und Fußball. So, wenn du behauptest, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, dann kennst du die folgende Geschichte noch nicht. ein Zeugwart eines nicht gerade unerfolgreichen kolumbianischen Clubs nutzte die stetigen Reisen, um sich ein paar Pesos dazu zu verändern. Das ist jetzt schon super realistisch. Und zwar als Drogenkurier. Safe. Das viele Gepäck der Mannschaft eignete sich hervorragend, um die Drogenpakete zu verstecken. Angekommen musste er es nur noch an einen entsprechenden Mittelsmann übergeben und das Geld einstecken. Die Polizei kam ihm hier nicht auf die Schliche. Ganz im Gegenteil. Die Drogen wurden regelmäßig sogar von ihr eskortiert. Wie so ein Mannschaftsbus halt oftmals zum Stadion gebracht wird. Nur im Mannschaftsbus ziemlich sicher. Genau. Mit steigender Auftragslage wurde es allerdings immer schwerer, das Ganze geheim zu halten. So kam es früher oder später, wie es kommen musste. Er flog auf und danach hochkant aus dem Club. Gerüchten zufolge hat er allerdings nie eine Gefängniszelle von innen gesehen, sondern ist jetzt ein hochrangiger Angestellter bei der Drogenmafia. Achso, ich dachte bei der Drogenmafia. Ich hatte gehofft, bei der Drogenpolizei. Der Teammanager, der ihn damals verpfiffen hat bei der Polizei, ist sein Job komischerweise los und wurde nicht mehr gesehen. So. Pass auf, ich bringe die beiden Geschichten zusammen. Das waren die zwei Geschichten. Der Teammanager ist der Typ, den sie im Sarg ins Stadion getragen haben hinterher. Das passt eigentlich ganz gut, ne? So sieht das nämlich aus. Okay, pass auf, lass mich mal ganz kurz. Also, der Mannschafts... Was war das? Der Zeugwart? Der Zeugwart, genau. Der transportiert Kokain mit Hilfe seiner Mannschaft, sozusagen den Mannschaftsbus. Ist natürlich auch extrem einfach eigentlich, wenn man ehrlich ist, weil die Fußballer werden sehr, sehr wenig wahrscheinlich kontrolliert und, ähm, also würde auch in Deutschland wahrscheinlich funktionieren, wenn man ganz ehrlich ist. Warum nicht? Ja, Twilie, wenn du dir das anguckst, also die Busse und so, die werden ja nicht kontrolliert, sondern die werden ja... Eskortiert. Eskortiert. Wie oft sieht man das denn, dass die am Verkehr vorbeidürfen und, keine Ahnung, fahren direkt ins Stadion? Ist eigentlich super einfach, also fast schon zu einfach für jemanden, der in Kolumbien Drogen verkaufen will. Ähm, aber... Man kennt jetzt ja hier die Menge nicht, ne? Also, man weiß ja nicht, wie das aussah. Ja, sorry Jungs, ich habe... Trikots sind heute nicht dabei, äh, ihr wirst heute in Leibchen spielen, ich hatte keinen Platz mehr. Ja, genau. Das tut mir sehr leid. Ähm, hm. Okay, es sind beides Geschichten, die würde ich erstmal als wahr herstellen, aber jetzt hast du natürlich gesagt, eine ist nicht wahr. Frage an euch da draußen, was glaubt ihr? Ich gucke jetzt mal so in den Raum rein und denke mir, Menschen, die jetzt dazu was sagen könnten, mit einem Sarg in der Kurve, ist bewusst, ob der, oder ist bekannt, ob der Mann da drin lag? Der lag da drinne. Klar, den haben sie bei dem Bestattungsunternehmen geklaut. Also es ist sicher, dass es auch da nicht ein Gag war nach dem Motto, wir haben einen Sarg, der ist leer, sondern es ist wirklich auch verbrieft, dass der Typ da drin lag. Laut Medienberichten ist das so, ja. Mhm, okay. Und bei dieser Also die haben in der Kurve, in der Kurve haben die den Sarg, in der Kurve haben die den Sarg wirklich nur hochgehalten, die haben die nicht aufgemacht, aber, ähm. Bei der Kokain-Geschichte, da ist aber auch jetzt, äh, eigentlich darf ich ja keine Rückfragen stellen, das ist immer schwierig, ne, dann. Ja, ich kann dir ja auch nur das sagen, was ich hier, äh, den entsprechenden Medien entnehmen kann, ne. Ich bin nervös, ich will nicht als erster was falsch machen. Ha, ist nicht einfach. Pass auf, ich argumentiere so. Es ist nicht einfach. Ich argumentiere so. Du bist, mit deiner Mackie-Frisur, auf dem besten Weg, zur Frisur von Thomas Gottschalk. Hm. Ja, die Leute da draußen müssen, ich hab eigentlich, eigentlich Naturlocken, und zwar, also ich, ich, ich sehe aus wie, wie der junge, ähm, Justin Timberlake. Ich hab wie so ein, wie so ein Paket Rahmennudeln auf dem Kopf, sehr, sehr feine Locken. Was ich damit eigentlich aussagen wollte ist, ach so, ja, schau dir, wir kennen uns jetzt ein bisschen und ich glaube, dass du dir eher die Geschichte mit dem Kokain ausdenken würdest, als die Geschichte mit dem Sarg. Mhm. Weil das Kokain ist schon sehr, das ist sehr Klischee. Ja? Was ist Klischee, der Sarg? Nee, das Kokain-Ding. Ach so, ja, okay. Ich weiß nicht, würde das auf, schwierig. Ich, ich lege mich fest, ich sage, die Sarg-Geschichte ist wahr. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, die ist wahr und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar anders läuft, als wir das uns denken. Die haben sich nicht vorbeigeschmuggelt an der Security, sondern die Security hat gesagt, einfach so da reingelatscht. Die haben die vielleicht noch rein begleitet sogar, damit da nicht irgendwie einer tumultartig diesen Sarg irgendwie runterschmeißt oder sowas, sondern die haben gesagt, komm, das ist richtig, dem gebührt die Ehre, das ist ein verdienter Fan unseres Clubs gewesen, das war vielleicht sein letzter Wunsch oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, die Geschichte ist wahr und trotzdem ist die andere Geschichte hundertprozentig auch wahr, nur es gibt sie nicht im Internet zu lesen. Aber sie ist bestimmt schon 20.000 Mal so passiert, egal ob in Kolumbien oder wo auch immer, dass der Zeugwart irgendeinen Shit schmuggelt, das garantiert hundertprozentig so. Und wenn nicht, in der Bundesliga irgendwo, in der Kreisliga überall. Aber garantiert, der Zeugwart schmuggelt. Immer. In der Kreisliga. Ja, irgendwas. In der Kreisliga, in der Kreisliga, fällt das ein bisschen mehr auf, wenn du, du hast einfach nur so eine stinkende Sporttasche mit ein paar Trikots drin. Ja, aber was meinst du, wie viele... Und 20 Kilo Koks. Was meinst du, wie viele Kreisliga-Vereine gerade aus NRW regelmäßig Auswärtsspiele in Holland haben? Ja, gut. Und dann mit so einem gemieteten Sprint da rüberfahren, so nach dem Motto, wir sind eine Fußballmannschaft. Garantiert. Also ich kenne auch, wir haben da drüben ein Spiel. Ja, ja, eben. Wir haben ein Auswärtsspiel. Gegen Ajax Amsterdam. Ist die einzige holländische Mannschaft, die die dann kennen. Und dann so, ja, okay, alles klar, dann ist ja gut. Gegen Ajax, oh toll. Nein, also ich sage dir, die Sarg-Geschichte ist wahr. Wir lösen es nächstes Mal auf. Heute nicht. Auf jeden Fall. Nächstes Mal lösen wir es auf. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben und mitraten und gespannt sein. Und vielleicht habt ihr auch noch eigene Geschichten, die absurd klingen oder sowas. Schickt uns die gerne mal. Wir lesen uns das gerne durch. Jetzt kommen wir, ich mache ein bisschen Druck, weil die Zeit läuft schon weg. Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie. Und wir müssen danach ja noch über dieses HSV-Thema sprechen. Sascha N. Sag ich dann nur. Sascha N. Punkt. So, meine Lieblingskategorie, der Insta-Star. Für alle, die noch nicht zugehört haben. Ja, ist auch meine absolute, meine absolute Lieblingskategorie. Schändlich, wenn man noch nicht zugehört hat und noch nicht weiß, was es ist. Aber es ist sehr simpel erklärt. Ich erkläre es ganz kurz. Instagram, diese wunderbare Plattform, die es gab, bevor es Clubhouse gab, die Älteren werden sich erinnern, hat die Funktion des Abonnierens, des Likens, des Followen, wie auch immer man das nennt. Und Michel muss gleich raten, ich werde ihm gleich immer zwei Personen oder Gruppen oder Vereine nennen. Und Michel rät, wie viele Instagram-Follower haben diese Personen beziehungsweise haben diese Vereine. Ja, und dann ist die Frage, erstens, wer hat mehr? Dafür gibt es einen Punkt. Und wenn Michel von der Anzahl der Follower in der Nähe ist, gibt es noch einen zweiten Punkt. Ihr dürft gerne mitraten, dürft auch dazu schreiben, ob ihr damit gerechnet hättet oder jetzt total schockiert seid von diesen Aussagen. Wir fangen einfach mal an. Die ersten beiden, die ich gegeneinander antreten lassen möchte, aus aktuellem Anlass, die HSV-Kult-Band Abschlag gegen den Dortmunder Kult-Rapper Miki. M-I-K-I. Du machst da jetzt nicht dein Handy an. Ich seh dich. Wähl, du machst da jetzt irgendwas an und googelst das. Abschlag. Ich google gar nichts. Also Abschlag, gerade einen neuen Song rausgebracht mit den Hamburger Goldkirchen zusammen. Die Erlöse gehen an Hamburger Weg. Das muss ich einfach nochmal erwähnen, weil es eine gute Sache ist. Ob man jetzt die Musik mag oder nicht, aber eine gute Sache unterstütze ich immer. Und M-I-K-I. Dortmunder Rapper. Ich habe tatsächlich bei Abschlag gekauft. Wie viele Follower? Sag an. Wer hat mehr und wie viele haben sie? Ich war gestern oder heute gerade erst auf der Instagram-Seite von Abschlag. Ich meine mich an etwas zu erinnern. Das ist natürlich ein Vorteil jetzt. Abschlag hat Ich glaube, das waren 18. Da war ich überrascht, dass das viel war. Ich glaube, das waren 18. 18 Millionen. 18.000. Ach so, ich dachte 18. Micky habe ich keine Ahnung, aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, der ist sehr bekannt und sowas. Aber ich glaube, er hat vielleicht ein bisschen weniger. Oder hat der mehr? Das ist eine Zahl. Da hat der ein bisschen mehr. Aber auch nur ein bisschen mehr. 19.500. Ja, festgelegt. Festgelegt. Und das heißt, du hast tatsächlich einen Punkt gesichert, denn du hast gerade noch die Kurve gekriegt. Micky hat tatsächlich mehr als Abschlag. Dafür kriegst du den Punkt. Aber ich habe nicht genug gesagt. Dir ist etwas kognitiv Schwieriges passiert. Du hast nämlich aus 10.800 18.000 gemacht. Aber komm, dann war das ja gar nicht schlecht. Dann war das gar nicht schlecht. Aber 8.000 daneben bei nur 10.000 insgesamt. Aber die Zahlen waren doch gut. Da freue ich mich drüber, dass ich mal was behalten habe. Länger als 5 Minuten. Also Abschlag mit 10.800. Und Micky, liebe Grüße ins Ruhrgebiet nach Dortmund. Wir sehen uns demnächst. Mit 27.100. Deutlich mehr. Hat aber auch schon, ja, hat einfach einen Kultstatus im Ruhrgebiet, muss man sagen. Also wer da Bock hat auf Fußballrap, mal guten Fußballrap, nicht hier wie bei Moin Volkspark mit diesem komischen Elvis-Schädel, sondern richtig guten authentischen Fußballrap. Der hört sich mal Micky an. Da kommen viele großartige Sachen noch und auch ein Freund des gepflegten Würfelspiels. Kann ich an der Stelle schon mal verraten, glaube ich. Ist das so? Ich glaube, ja. Zweite Runde. Einen Punkt hast du gesichert. Einen zweiten kann ich dir leider nicht geben, weil das war dann doch. Wir machen mal den Sprung über den großen Teich. Wir haben ja als Deutschland, ja, Vertreter in Hollywood. Menschen, die unsere Kultur, unser Dasein quasi in Hollywood vertreten. Und ich habe mal zwei rausgesucht, unsere beiden, ich würde sagen, bekanntesten. Das wird einer wahrscheinlich Arnold Schwarzenegger sein. Ja, ich bin mir nicht mal so sicher, ob der so richtig Deutscher ist. Und deswegen habe ich den nicht dabei. Aber ich habe zwei dabei, wo ich sage, das sind so die weiblichen Aushängeschilder. Ich errate jetzt die Charaktere anstatt dem Follower. Christoph Waltz und dann noch, wie heißt der andere, der hier Niki Lauda gespielt hat. Das war Niki Lauda selbst, glaube ich. Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall die zwei weiblichen Repräsentantinnen von Deutschland in Hollywood. Achso. Und zwar Diane Krüger oder Diane Krüger. Ich weiß nicht genau, ob man sie deutsch oder... Diane Krüger heißt sie, glaube ich. Ich glaube auch, sie heißt Diane Krüger. Und die zweite ist Till Schweiger. Das sind unsere beiden Frauen in Hollywood. Oh, das ist auch super. Oh, das ist auch super. Jetzt musst du noch wissen, wer mehr Instagram-Follower hat. Diane Krüger hat mehr, weil sie hat Brüste. So, du hast mir erklärt, dass Brüste automatisch mehr Follower sind. Oh, wie viel ist die große Frage? Ich gebe dir einen Tipp. Wir befinden uns in den Hunderter... ...Tausender. Oh, echt? Hunderttausende? Ja. Ei. Okay, mal gut, du sagst das. Äh, 450.000 hat sie. Und Till Schweiger hat weniger. Nämlich 300... 280.000. Ja. 320.000. Das wollte ich zuerst sagen, das nehme ich auch. Warte, warte, 320? Ja. Okay. An sie 450. Oder 470 vielleicht sogar. Nee, 450 ist gut. Wenn es 470 sind, bin ich immer noch dicht genug dran. Also, du bekommst den Punkt für... Diane Krüger hat mehr Follower bei Instagram. Den bekommst du definitiv. Und an der Stelle muss ich einen Klischee aber kurz ausräumen. Ich habe mir das Instagram-Profil von Diane Krüger angeguckt. Bei ihr ist es tatsächlich so, ich habe noch... Wo gibt es nichts Falsches? Nein, pass auf, ich meine es ernst. Weil ich habe ja irgendwann mal gesagt von wegen, ja, die hat Brüste, deswegen hat die mehr Follower und so oberflächige Scheiße. Wirklich ein Tipp für alle, guckt euch das Instagram-Profil an. Ich glaube, ich habe noch nie eine prominente Frau so ungeschminkt, in so unfassbar unerotischen Posen, teilweise, also so authentisch, so ehrlich, irgendwie abgebildet gesehen, wie Diane Krüger, überhaupt nicht darauf angelegt. Also, die hat keine Follower wegen Brüste oder wegen irgendwie, ich zeige ihr nackte Haut, sondern das sind würde ich dann Menschen... Wahrscheinlich, sondern genau. Wahrscheinlich direkt eher wegen ihrer Ehrlichkeit. Ja, es ist sehr authentisch auf jeden Fall. Deswegen sind es 962.000 Menschen, die ihr followen. Bei Instagram, da bist du jetzt knapp daneben. Da war ich ja wieder richtig dicht dran. Ja, ich würde dir aber tatsächlich diesen Punkt, den zweiten gebe ich dir jetzt noch, weil Til Schweiger hat 410.000. Das heißt, du bist 90.000 daneben gewesen. Das würde ich als Punkt gelten lassen. Das wäre dein dritter Punkt gesamt. Ja, das ist auch gut so. Weil du unter 100.000 bleibst, finde ich, ist das fair. Kann man machen. Ich weiß nicht, was bei Til Schweiger ist, warum der nicht mehr Follower hat. Ich dachte immer, Til Schweiger wäre unser berühmtester Schauspieler weltweit. Storys, Instagram-Storys sind auch immer sehr wichtig. Das ist halt wahrscheinlich, wenn du das einfach nicht mehr verstehen kannst. Das ist einfach eine Reihe heute, meinst du? Ja, aber ich dachte immer, mit Rotwein geht alles. Keine Ahnung, aber ich war enttäuscht. Also ich habe gedacht, Til Schweiger hätte mehr Follower. Vielleicht ist aber auch einfach Instagram so ein Ding, das er nicht so nutzt. Er nutzt so mehr Telegram oder so. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht genau. Ja, das kann auch sein. Ist der auch schon im Telegram-Business ganz groß? Weiß ich nicht. Könnte ich mir aber vorstellen. Der war auf jeden Fall im Twitter-Business, war Til Schweiger immer stark. Ich wollte jetzt als letztes eigentlich als dritte Runde von Insta-Star machen. Michael Wendler, dessen Profil ist aber nicht mehr da. Ist leider gelöscht worden. Ärgerlich. Verdammt. Dabei verstehe ich gar nicht, warum. Deswegen machen wir jetzt das Ultimative, das absolute Endgame. Quasi the Marvel Averages of Fußball. The One and Only Ronaldo Cristiano gegen The One and Only Messi Lionel. Wie viele Follower und wer hat mehr? Kleiner Tipp. Es handelt sich um hunderte Millionen. Millionen. Millionen im dreistelligen Bereich. Soweit wäre ich jetzt aufgewiesen. Ronaldo hat mehr. Ja. Vielleicht nehme ich diesen einen Punkt einfach mit. Und sage vielen Dank. Danke, das war's von mir. Scheiße. Ronaldo hat bestimmt irgendwie 300. Irgendwas in den 300 Millionen. Messi irgendwas in den 180. 185 Millionen. Messi 185 Millionen. Und. Ja, ja. und Ronaldo hat 340 Millionen. Okay. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast den einen Punkt, von dem du wusstest, dass du ihn mitnimmst, den hast du mitgenommen. Cristiano Ronaldo tatsächlich ein Instagram-Marketing-Chef der allerersten Güte. Hat aber nur. Dem habe ich, dem habe ich, den habe ich nämlich diese, diese Marketing-Geschichte, dem habe ich die Marketing-Geschichte einfach mehr zugetraut. Ja, aber auch nur im Vergleich jetzt, nur 262 Millionen. Also da bist du fast 100 Millionen weg gewesen. Deswegen kann ich dir den Punkt nicht geben. Aber jetzt kommt der Schnüller des Tages. Ach, aber alles, was unter 100.000 ist, ist okay. Ja, bei 100.000 ist es aber nicht mehr. 100 Millionen. Jetzt kommt der Schnüller. Warte doch, warte doch. Das gleiche mit einem paar Null. Jetzt gleich kannst du dich doch freuen. Was hast du bei Lionel Messi gesagt? Was weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ich habe mir aufgeschrieben, du hast 185 Millionen gesagt. 185 habe ich gesagt. Wir können es doch mal nachprüfen. Liebe Zuschauer, Zuhörer, prüft es nach, ob das wahr ist. Geht jetzt zurück. Warte, ich gucke. Ich muss jetzt, ich gucke jetzt hier in mein Handy. Wie heißt der? Messi? Lionel Messi. Leo Messi. Uuuuh. Das ist verdammt klappt. Ei, da sind gerade, da sind gerade noch welche abgesprungen. Ja, in dem Moment, wo wir darüber geredet haben, haben nämlich alle Hörer, jetzt gerade, wo ich geguckt habe, ja. Alle Hörer von Lederlapskos Leistenburg sind in diesem Moment mega, haben Messi entfriended, entliked. Einfach um Michels Punkt zu klauen. So gut war ich noch nie. Du hast 185 Millionen gesagt. Es sind 184 Millionen bei Leo Messi. Insofern, das ist auf jeden Fall der Extrapunkt. Gesamt sind das fünf Punkte. Das ist ja Wahnsinn. Letztes Mal sechs Punkte. Das ist gut. Wieder fünf Punkte. Das ist richtig stark. Wie knapp ich da mal dran war, dass ich so was noch mal erleben darf hier. Also du hast dieses Spiel auf jeden Fall mittlerweile echt. Das ist jetzt dein Spiel, muss ich sagen. Das ist richtig gut. Respekt dafür. Ist nicht schlecht. Schickt mir unbedingt mal in die Kommentare oder irgendwo anders hin, vielleicht irgendwo, wo nur ich das mitkriege, mal Ideen, wer gegeneinander antreten könnte. So Paarungen, wo man denkt, ja, ist ganz klar so, aber es ist doch andersrum auf einmal. Da kann ich das Michel hier an den Kopf werfen für Instastar bei Lederlapskos Leistenburg, der Folge, wie viel auch immer dann, wenn ihr mir das schreibt. Und ihr merkt, ihr merkt, ihr merkt, ich bin jetzt hier big in business, mir kann hier keiner mehr was vormachen. Also wenn ihr mich hier jetzt irgendwie noch mal aus der Reserve locken wollt, dann sucht euch gefälligst auch mal ein paar gute Paarungen aus. Also das, was Elvis mir hier an den Kopf schmeißt, ist ja lächerlich. Lächerlich, wollte ich nochmal angemerkt haben. Da kommt kurz der Hansi, der Hansi Flick kommt kurz in ihm raus. Kurze, angeborene Arroganzattitüde kommen mal eben ganz kurz vorbei. Ach, schön. Weil er sich um eine Million verschätzt hat. Dafür wurde man bei diversen deutschen Unternehmen schon gefeuert. Aber hier bei Instastar gewinnt man damit tatsächlich noch einen Punkt. Also herzlichen Glückwunsch. Wieder starke Leistung. Hätte ich nicht gedacht. Starke Leistung. Vielen Dank, vielen Dank. Großartig, vielen Dank. Oh, wir sind hier schon wieder, meine Uhr zeigt hier schon wieder über eine Stunde. Ja, wir sind tatsächlich auch schon wieder Crunch Time. Es ist Crunch Time, es ist der Moment, wo wir noch zwei, drei Dinge sagen können und uns vor allem mehrere Dinge überlegen müssen. Nämlich erstens, wie heißt diese Folge? Ja, das überlegen wir uns noch. Zweitens, was läuft gleich für ein Song? Vielleicht nennen wir sie einfach Unfair Play. Unfair Play auf Koks. Unfair Play auf Koks. Großartig. Damit steht der Sendungstitel. Und wir könnten... Und als Lied möchte ich bitte Mama, der Mann mit dem Kokos ist da hören. Ja, das finde ich großartig. Ich hatte... Das finde ich noch besser. Ich nehme meine Idee zurück. Ich hätte jetzt mir Miami Yassin mit Kokaina gewünscht, aber Mama, der Mann mit dem Kokos ist da ist fast noch geiler. Wir werden eine Mischung. Wir werden einen Remix aus beiden gleich einfach reinblenden. So zwischendurch. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Irgendwo, wo es mal die Tonspur nicht übereinander passt, kommt dann einfach Mama. Nee, Mutter. Mutter, der Mann. Mama hat er ja gar nicht. Mutter. Mutter. Ja, das kann sein. Schön. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Genau das. Genau das. Ja. Ja, großartig Song. Falco, auch großartig. Hattest du jetzt... Hattest du jetzt... Ja? Ja. Hattest du jetzt eigentlich noch einen Kommentar, den du jetzt hier noch loswerden wolltest, oder? Nee. Sascha Endpunkt. Ja. Sascha Endpunkt. Das war's, was du sagen wolltest, ne? Ja. Er hat uns... Ja. Er hat uns... Er hat das, was wir quasi erzählen wollen über den HSV, hat Sascha Endpunkt herausgefunden. Und jetzt an alle, die das wissen wollen... Vielleicht... Vielleicht denkt er das auch nur. Ja, er ist schon sehr nah dran. Also es ist eine ähnliche Konstellation. Ja, nee. Alle, die das jetzt wissen wollen, gehen jetzt... Also deswegen... Auf die Suche. Genau, deswegen halten wir nämlich auch unsere Klappe. Sascha ist wirklich nah dran. Wir wollen ihm ein bisschen Ruhm einfach nochmal gönnen, oder? Ja. Googelt Sascha Endpunkt. Gebt mal bei Google Sascha Endpunkt ein. Und guckt euch mal die Kommentare an, die Sascha Endpunkt geschrieben hat. Bei uns bei... Fußball-Leaks. Man kann die anderen Folgen einfach auch nochmal alle durchhören. Weil wichtig ist, dass ihr begreift, man kann Kommentare immer nur lesen, wenn man vorher das ganze Video geguckt hat. Das ist ganz wichtig. Auch regelmäßiges Klicken. Regelmäßiges Klicken, Kommentieren und Abonnieren. Sorgt für mehr Klarheit. Wirklich. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Kurze Werbeeinblendung von Liederlaps und Leistenbruch. Abonniert und klickt alles, was ihr findet. Wirklich alles. Nur Michael Wendler nicht. Da wäre ich vorsichtig. Den findest du auch nirgendwo mehr. Ja, bei Telegram ist der noch. Bei Telegram ist er noch. Und wahrscheinlich auch... Der hängt auch im Clubhouse rum. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Ach schon, Telegram ist ja noch nicht so linksgrün versifft. Nee, nee. Da sind die ja nicht. Im Clubhouse darf er auch alles. Die. Im Clubhouse darf er auch alles. Clubhouse. Clubhouse ist eigentlich auch nur die Weiterentwicklung eines Jugendzentrums für militante, auffällige Jugendliche, die sich gesagt haben, wir möchten gerne einen Raum haben, wo wir uns austoben können. Und alle das sehen an so hohen Fensterfronten und alle können reingucken, aber keiner greift ein. Das ist wie so... Die Sozialarbeiter sitzen im Nebenraum und denken sich, ah, wenn einer blutet, gehen wir rein. Und so lange lasst sie machen. Solange nichts komisch. Wegsteht, brauchen wir nicht eingreifen. Das ist schön. Das ist schön. So, es ist jetzt hier, es ist jetzt hier Monatabend. Wir haben schon irgendwie eine Stunde 10 voll oder sowas. Es ist 22.20 Uhr. Ich habe auch jetzt keine Lust mehr. Muss ich ganz einfach so sagen. Ich bin müde. Ich muss gleich mal ins Bett. Trink einen heißen Kakao. Und dann habe ich genug. Wenn du möchtest, darfst du heute die letzten Worte an die lieben Zuhörer da draußen richten, falls dir was einfällt. Sonst hören wir halt einfach nur das wunderbare Lied. Mutter, der immer mit dem Koks ist da. Ich verabschiede mich einfach schon mal hier, ja? Ja, guck das. Machen wir das so. Michael, alles Gute. Gut, danke. Bleibt gesund. Lasst dir schmecken, den heißen Kakao oder was auch immer das sei. Ich habe gar nicht zugehört, ehrlich gesagt. Meistens höre ich nicht zu, wenn Michael redet. Das ist so. Wo ihr unbedingt zuhören solltet, ist... Ja, so... Ach so, das habe ich auch mal gegessen. Das habe ich auch schon mal gegessen. Was hast du eigentlich... Ist auch egal. So, tschüss. Tschüss. Also, ich werde nebenbei schon mal bei Amazon mir diesen wunderbaren Song runterladen, der... Oh, es gibt auch eine gestört, aber geil Version davon. Darüber müssen wir gleich nochmal philosophieren. Ich glaube, das wird richtig eklig. Das machen wir nicht. Wir machen die Originalversion von Falco. Mutter, der Mann mit den Cooks ist da in Klammern. Mother's Favorite. Wenn das nichts ist. Also, wer Bock drauf hat, diese Musik zu unterstützen, die wir hier spielen. Auch den Schrimpsong zum Beispiel aus der Folge 2, erinnere ich noch. Legendär. Letztes Mal hatten wir Exhibit dabei. Es sind einfach nur die Besten der Besten, die hier auftauchen. David Hasselhoff. Und heute wird es Falco sein. Es ist einfach... Es ist eine Kategorie, wo man sagt, das ist genau das, worum es geht. Leder, Laps, Kostleistenbruch. Ich spreche es immer so schnell aus. Leder, Laps, Kostleistenbruch. LLL bei Moin Volkspark. Der wunderbaren HSV-Plattform, auf der alles passiert, was seriös ist. Und bei der ihr wirklich alle neuen Facts kriegt und alles, was ihr irgendwie wissen müsst über den HSV. Abonniert und klickt alles. Michael hat es gerade gesagt, lasst euch nicht lumpen. Haut mal ordentlich Buttons raus. Vor allem, weil das nichts kostet und weil es in dieser Zeit sowieso nichts Besseres zu tun gibt. Bleibt ansonsten gesund. Und wir hören uns in erst 14 Tagen wieder bei Leder, Laps, Kostleistenbruch. Wenn wir da nicht abgesetzt sind, dann mit einer neuen Folge, worum es da geht, ich weiß es noch nicht genau. Fragt mal Sascha Endpunkt, der wird es schon wissen, höchstwahrscheinlich. Der ist eine Art Whistleblower im HSV-Kontext. Der weiß auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten kann ich euch nur sagen, die Wahrheit der nächsten Wochen liegt in den Würfeln. Bleibt gesund, alles Gute und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Mann mit dem Koks ist da. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Wer hat den Mann mit dem Koks ist da.